Hallo Dodos, da ich jetzt im Moment wirklich keine Lust hatte, irgendwie ein Let's Play zu machen, doch aber trotzdem Lust hatte, irgendwas zu bauen, hab ich mir gedacht, da baust du jetzt eben ein Haus und machst das eben im Zeitraffer, was ihr jetzt hier gleich sehen werdet. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. Äh, ja, und ich sag mal, genießt das Video. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.